Ein weiteres Video, was ich euch zeigen wollte, ist auch von einem Kollegen von mir, von Emanuel. War auch schon in Videos von uns dabei, macht selber auch sehr, sehr nice Videos. Da schauen wir uns sein Showreel an. So wie ich das verstanden habe, ist es einfach eine Zusammenfassung von seiner gesamten Arbeit. Er macht Videografie auch so und verschiedene Projekte und jetzt einfach mal ein Zusammenschnitt von seiner Arbeit. Wir wollten eine Geschichte erzählen, aber die Worte waren einfach nicht genug. Nicht genug, um alle die intensiven Emotionen zu beschreiben. Nun, warum wir nicht die Bilder zu移st? Mein Name ist Emanuel Kolb und ich bin Filmmaker. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Spring-Video, aber es ist qualitativ sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut gemacht. No matter what you want to tell the world, let us make your story come to life. It looks good. Not too bad, I want to check if it's deep enough. Then yeah, maybe we're gonna send it. Let's show it. Das ist sehr, sehr nice, dass wir da auch am Start sind, dass wir auch ins Video gekommen sind, finde ich echt cool. Thomas und ich haben der Brücke ja unsere Knieverletzung zu verdanken. Nice. Also auch wirklich richtig, richtig stark von der Qualität, halt auch heftig. Auch gern bei ihm vorbeischauen, abonnieren. Macht eben auch Challenges zum Beispiel. Hat vom Hooked Gathering für die Trigger unter euch auch ein Video gemacht. Und ja, hier Cliff Diving in Switzerland, da waren wir auch dabei. Genau, hier eben auch. Gerne auch bei ihm vorbeischauen. Wir schauen jetzt noch bei Thomas und Nico vorbei. Die Jungs von uns, die haben sich jetzt auch einen Kanal gemacht. Habe ich schon im Community-Tab gepostet. Da schauen wir auch nochmal kurz rein. Das Video, was sie eben rausgehauen haben heute. Auch sehr cooler Spot in München. Da war ich selber noch nicht. Ich glaube, Georgenstein heißt der. Sitzt nicht wirklich hoch, aber ich denke, in der aktuellen Zeit nimmt man, glaube ich, was man kriegen kann. Und ist mit jedem glücklich. Ich wäre happy, wenn ich den Spot hätte. Wir schauen mal rein. Yo, was geht? Und hier sind Thomas und Nico. Ihr kennt euch wahrscheinlich schon von Reinhards Videos. Aufgrund von Corona ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, mit ihm zu springen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal ein eigenes Video. Und hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Wir sind heute am... Georgenstein. ...Georgenstein bei München. Und sind fleißig hergeradet. Und auch nur zu zweit. Und ja, Nico war schon einmal drin. Wie war's? Sehr gut. Es ist richtig kalt, aber es ist draußen relativ warm. Aus dem hast du ja nie, Mann. Mach mal was Cooles. Also ihr seht, es sind ungefähr, ja, ich würde sagen 4 bis 5 Meter. Hier kann man auch noch gut springen. Es sind so 3 Meter. Es ist echt geil. Keine Gap oder sonst was. Absprung ist auch schön gerade, wie man sieht. Und ja, die Landschaft ist natürlich auch richtig schön. Nico kommt wieder hoch. Haben wir jetzt eigentlich geschaut, wie tief es ist? Oder hat Sascha gesagt, dass tief genug ist? Sascha hat gesagt, dass tief genug ist. Sascha, danke. Sascha ist verlass. Ich darf meinen ersten Sprung machen. Haare sind noch trocken. Aber damit die ganz schnell nass werden, erstmal eine Katze. Mit Schraube. Das ist echt ziemlich erfrischend. Aber ja, macht Spaß, gute Höhe. Und Nico, was machst du? Ich glaube, ich versuche jetzt mal eine Small Cat. Oh ja, die kannst du ja besonders gut. Genau. Ohne Witz, die Aufnahme der Tag war einfach der Hammer. Ich werde das nie vergessen, wie wir die Small Cats alle nacheinander richtig verkackt haben. Das war einfach viel zu gut. Wow, Nico, also ich muss sagen, die sah extrem gut aus. Hast du geübt? Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht und mir nochmal einige Tutorials reingezogen. Und jetzt habe ich zu Hause lang im Garten geübt. Während der Corona-Zeit hatte ich ja Zeit und es hat sich gelohnt. Erster Sprung gleich mal richtig rausgehauen. Aber also. Ja, also gleich noch kurz zu dem Spot hier. Das ist echt geil, das ist in der Nähe von München. Wenn jemand von euch in München noch wohnt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns auf Instagram. Dann können wir uns hier mal treffen und einfach zusammen ein bisschen jumpen. Und ja, das war es jetzt hier mit dem Aufwärmen. Und wir starten jetzt hier rein. Und das ist Go Play. Auf rein! Und das ist Go Play. Das war jetzt unser erstes kleines Edit. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Du hattest wahrscheinlich Spaß. Ihr hattet hoffentlich auch Spaß. Ich hatte auch Spaß. Wir hatten alle Spaß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Ja, wir spielen uns noch eine kleine Challenge. Wenn ihr die sehen wollt, abonniert einfach und dann seht ihr es im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und haut rein! So, aber jetzt haut rein! Sehr, sehr nice. Also erstes Video von den Jungs. Ich finde es echt nice. Auch viele Memes verbaut, die man von uns kennt. Ich bin sehr gespannt, was sie für eine Challenge spielen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Kann man gespannt sein. Auf jeden Fall Daumen hoch da lassen, abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Support ist kein Mord. Oh, jetzt wird rausgegangen.